Meine Damen und Herren, weiter geht es mit einer Musikgruppe, wie Sie aufgrund des Aufbaus auf der Bühne hier sehen. Und zwar ist diese Musikgruppe, die aus vier jungen Damen besteht, unter dem Namen Nameless bekannt. Entschuldigung, aus drei jungen Damen besteht, unter dem Namen Nameless bekannt. Darf ich euch zu uns bitten? Zwei Gesichter, die wir schon kennen. Entschuldigung, die Larissa und die Lina Rentmeister. Und die dritte im Bunde, die Sängerin, das ist die Marlene von... Marlene, was Sie haben wir bekommen? Rolly Massive und dann Elmer and Wine. Super, was macht ihr dabei? Nitzingen? Nein. Larissa, wo ist deine Aktivität bei der nächsten Nummer? Wo ist deine Leistung? Das ist eine politische Nummer. Super. Und, Alina? Am Flaggzeug. Wie kommt man, ich bin mir gleich, wie kommt man zu den Namen Nameless? Wortspieler an sich? Und, um mich kein Name eingefallen. Und, ja, da hat mir ja Oma gesagt, ja, no name, und da haben wir gesagt, ja, dann heiße ich halt Nameless. Klingt besser. No name, Nameless. Vielleicht für die Zukunft, für die Karriere, dann noch entscheiden. No name, Nameless. Ich glaube, ich bleibe mit Nameless. So seid ihr bekannt, so trägt ihr heute auf. Die Bühne gehört euch. Viel Vergnügen. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.